Meine beste Freundin sagt dann so, Alina, wie kannst denn du das? Ich habe dann schon zu ihrer gesagt, ja, du, das ist meine Arbeit und die Bewohner sind ganz normale Menschen. Ich bin nicht bloß Heil-Erziehungspfleger, ich bin Hausmeister, ich bin Mama, ich bin Schwester, ich bin alles. Das ist das Schöne, weil man einfach alles machen kann. Das schönste Kompliment war für mich, dass ich das erste Mal hier unten Probe ausgeholfen habe, dass dann alle zu mir gesagt haben, oder viel, Lena, ich möchte, dass du bei uns da bleibst. Und das ist für mich schon ein Zeichen, ich mache das richtig, was ich mache und dass ich auch wertgeschätzt werde. In dem Moment merkt man einfach, ich bin richtig in dem Beruf. Ich bin richtig in dem Beruf.